So geht's. Wechseln Sie per Doppelklick in den Kopfzeilen-Modus. Klicken Sie im Register Entwurf der Kopfzeilen-Tools auf Seitenzahl und anschließend auf Seitenzahlen formatieren. Öffnen Sie die Auswahlliste Zahlenformat und wählen Sie das gewünschte Zahlenformat. Wir fühlen Sie das Gewünschteile und anschließend auf Seitenzahlen. Wir holen Sie das wunderschön. Vielen Dank.